Oh nein! Oh Gott, nein! Lauf, 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 lauf! Direkt hinter uns! Ja, es hat doch gereicht! Leute, die sind direkt hinter uns gespawnt! Heiliger Scheiß, ey! Boah, Junge, Junge, Junge! Okay, ähm, das haben wir jetzt, äh, das Ding zwar nicht bekommen, den Fernseher, aber das ist ja nicht so tragisch. Ich meine, der Rest ist ja mitgekommen. Dann ab zum Funthouse erstmal durchatmen, ey. Das war knapp, ich spawnte da gefühlt hinter mir, ey. Zum Glück hat er nicht geschossen, ey. Wir wären ja voll am Arsch gewesen. Vergiss nicht, die unvergebenen Fertigkeitspunkte in deinem Skilltab einzusehen. Natürlich. Oh, wir haben sogar B dafür bekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nach der letzten, hoppala, nach der letzten Aktion. Und ja, dann gehen wir mal rein. Schön, dass das Auto immer hinterher teleportiert wird. Willkommen zurück. Ja, genau. Hi. What's up? Verkaufen. Und 40. Ja, läuft doch. Läuft doch. Gucken wir uns noch die Gitarre und den ganzen anderen restlichen Chrome. Ah, ne. Brechstange. Die gelbe Birne. Äh, ne. Die können wir ja verkaufen, ne. Nur die Gitarre nicht. Die Gitarre wollten wir im Black Play verkaufen. Beinahe ein Fehler gemacht hier. Easy. Sehr schön. Da ist sie. Die Yamaha-Gitarre. Ne, Yamaha. Gut. Äh, verkaufen. So, stellen wir uns erstmal hier hin. Und dann wollte ich mal schauen, was wir jetzt als nächstes erstmal hier machen bei den Skills. Platz im Rucksack ist natürlich ganz geil, ne. Ich denke, das werde ich machen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir haben zwei Skill-Punkte sogar. Ja, dann würde ich auch nochmal das hier machen. Schlösser knacken, Stufe 3. Schwerere Schlösser mit einem automatischen Dietrich knacken. Lernen wir das auch nochmal gut. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Informationen zu einigen Häusern geholt. Äh, wir schauen einfach mal, was so, äh, hier die Beute ist. Beziehungsweise, ob wir auch Jobs haben. Ein Fenster einschlagen. Die 104, die wollte ich eigentlich heute noch nicht, man. Ich wollte jetzt... Die 113 haben wir komplett fertig gemacht. Da kamen wir auch gerade so raus. Ja, dann lasse ich jetzt nochmal in die 112 einsteigen. Da den Job, äh, machen. Das Gemälde Kuss stehlen und zerstören. Kriegen wir 150 Dollar. Und wir wissen ja auch, dass die zwischen 1 und 3 nicht zu Hause sind. Ja, dann gehen wir jetzt zu der 112, zu den Watsons. 112. Dann schauen wir mal, wo die 112 ist. Oh, Gottes Willen. Äh. 111. 112 ist den Berg hoch. Das ist das Nachbarhaus von der 113, wo wir das letzte Mal waren. Oh, Junge, Junge, Junge. Ai, 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 ai. Aber hat funktioniert. Äh, jem, jem, jem. Oh, tschüss. Das war knapp. So, 112. Da sind wir doch. Ein Haus weiter. Wir gehen das taktisch an, hier. Ja, guten Tag Wollen Sie nicht auch noch gehen? Ah ne, erst geht einer, dann der andere Genau, gucken wir mal was hier in der Mülltonne ist Hier haben wir schon mal einen Toaster Das ist gut, was ist das hier? Das ist eine Notiz In der Küche steht eine Kaffeemaschine Und die ist anscheinend viel wert Gehen wir auch mal hinten rein Ach nö Geht doch Scheiße, es ist mir wirklich ein abgebrochen dabei Hier ist kein Fenster offen Gut Ein Kilogramm, zwei Dollar, das bringt nichts Ne, ne, so weit wollen wir nicht Der ist nicht offen Vielleicht war ja da ein Steak drauf Den hätte ich gerne genommen, das Steak Hier können wir abhauen Oh, wie cool Ach nö Jetzt habe ich keinen mehr Oh, warum ist mir denn der jetzt kaputt gegangen? Oh, na klasse Oh nö, jetzt können wir nicht rein Ist doch nicht euer Ernst Okay, die ist schon draußen Dann können wir ja jetzt hier rein, ne Also das mache ich noch lieber als das andere Aber wir haben ja jetzt von dem anderen auch keinen mehr Komm schon Einer noch Oh, bitte ist hier nirgendwo ein Passant Sollte das nicht sehen, dass wir hier reingehen Uiuiuiui So, und dieses Mal achten wir darauf Dass die nicht früher zurückkommen als gedacht So, die Kaffeemaschine Zwei Kilo Na, erstmal noch nicht Sind das hier die Kaffeekapseln, ne? Bargeld Okay, die können wir nicht aufmachen Haben die hier nicht irgendwo einen Lichtschalter? Fände ich ziemlich gut Doch, da Ha Sehr schön Acht Dollar, das ist zu wenig Oh nö, hier ist nichts Fernbedienung Und ein Fernseher Oh, hier ist noch Geld Wo die Kassenkombination geht Ach nee, doch nicht Ich habe mich gerade vertan Wo ist das Gemäldekuss? Ist das Gemäldekuss? Gemälde Hirsch Gemäldekuss Ja, da ist es Wunderbar Geht weg Die kommen auch schon bald nach Hause Oh, jetzt liegt der Fernseher hier im Weg Oh Oh mein Gott Wo komme ich denn hier raus? Ach da Das ist ja hier direkt gewesen So, schnell, schnell, schnell Lauf, 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 lauf Die dürften ja bald auch schon wieder zurückkommen So, der Fernseher noch Jetzt aber schnell Jetzt aber schnell, der Fernseher nur noch Wo war der Fernseher? Ich kenne mich in diesem Haus noch gar nicht aus Lauf, 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 lauf Ah, hier sind zum Glück Keine Passanten, ne? So, noch ein bisschen können wir doch holen, oder? Hier ist noch ein Fernseher Kamera Polaroid, oder was? Sah so aus Oh, scheiße Oh Gott Wir laufen einfach wieder Das war das Schnellste Nicht die gleiche Sache wie vorhin Bitte nicht nochmal Oh, lauf, lauf, lauf Aber wir haben es geschafft Easy Guck, das war ja Ach, easy peasy So, Funhouse bitte Ah, geil Kaffeemaschine und Bildkuss Wunderschön So muss das sein Boah, aber Wenn ich wirklich das immer so drauf ankommen lasse Irgendwann haben sie uns Irgendwann haben sie uns Letztes Mal war es das schon so megamäßig knapp Jo, dann würde ich auch sagen War es das wieder an dieser Stelle Schön, dass ihr dabei gewesen seid Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal dabei Wenn es wieder heißt Let's Play Thief Simulator Oder bei einem anderen Projekt auf meinem Kanal Lasst gerne eine gute Bewertung da Bis zum nächsten Mal Tschö mit Ö Euer Draxel Bis zum nächsten Mal